Musik Unsere Zukunft ist ungewiss. Gletscher schmelzen, Wüsten wachsen und Sturmfluten bedrohen unsere Küsten. Der Klimawandel nimmt an Fahrt auf und bedroht zunehmend unsere Existenz. Klimakatastrophen lösen wirtschaftliche und soziale Notlagen aus. Lebensräume werden zerstört, bei uns und vor allem weltweit. Was können wir dagegen tun? Musik Wir müssen radikal umdenken. Unser Leben, Denken und Handeln ganz und gar verändern. Die am wenigsten zur Erderwärmung beitragen, leiden bereits jetzt schon am stärksten unter den Klimawandelauswirkungen. Das ist unfair. Klima geht uns alle an. Aber wie sieht gerechter Klimaschutz aus und wer trägt die Verantwortung? Musik Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns bei der Weltmonie. Statt Teil des Problems zu bleiben, machen wir uns gemeinsam auf, Teil der Lösung zu werden. Musik Wie wollen wir gut leben? Wie arbeiten und wohnen leben wir in Zukunft? Was heißt eigentlich Klimagerechtigkeit, Postwachstum oder Systemwandel? Musik Mit Workshops, Diskussionen und Vorträgen möchten wir neue Wege finden und gute Ideen sammeln. Sei dabei, wir freuen uns auf dich. Die Weltmonie. Sind wir noch zu retten? Klimawandel und Gerechtigkeit. Musik Musik Musik